so hallo ihr lieben ich bin wieder da der saft ist auch wieder da und der roger braun ein bisschen der ist noch ein bisschen länger an pause machen und natürlich ein hallo an die youtube zuschauer schön dass ihr reinschaut ja ich würde sagen war noch kurz bisher bis der roger wieder da ist dann könnte man drüber quatschen was wir noch so in nächster zeit jetzt machen so aber ich kann mein ganzes inventar hier mal wieder aufräumen gichtung es geht sonst noch irgendwas an essen hier drin ich bin mal noch umher und schaue mal ob ich noch ein paar tiere finde zum abschlachten sagt die hat seine berufung gefunden tiere abschlachten ich würde halt gerne eigentlich wieder auf bogen gehen aber obwohl ich habe ja jetzt wieder jetzt war nicht mehr so ewig lange hält aber so ja ich hoffe die lieben zuschauer da auch wieder da so ich wollte mein inventar machen gehen ja plan jetzt noch für den frühling wir haben noch ein paar quest die müssten wir auf jeden fall fertig machen was müssen wir noch machen mine haben wir gemacht fällt euch sonst noch was ein was wir fertig machen müssten die unreifen bären sollen wir davon noch mehr sammeln ja könnte man mal noch umschauen ob man ein paar findet andere sache ich habe ich hatte eben gerade in irgendeiner kiste ein steinsperr gefunden der ist scheinbar richtig stark also ich habe gerade ein wildschwein gewonnen hittet also ich habe es zwar auch in den kopf geworfen aber trotzdem habe ich das wildschwein gewonnen hittet also ein steinsperr scheint echt stark zu sein müssten dann mal an der werkbank beim schmied schauen wie viel das eventuell kostet dann könnte man sich eventuell jetzt gerade schon mal ein steinsperr bauen wenn man ein bisschen umher läuft weiß nicht was kosten denn eigentlich kupferspehre also brauchen wir dafür leinen leinen ja das ist doch scheiße ja deswegen meine ich ja mal schauen was der steinsperr kostet ob man für den das eventuell nicht braucht gerade problem ich komme gerade nicht rein er lädt gerade ewig also ich hänge jetzt gerade am letzten prozent vom ladebildschirm ewigkeiten rum ja das hatte ich auch gehabt heute erst noch aber hatte einfach nur bei mir ein bisschen länger gedauert okay dann sollten wir nicht zu lange warten zur noten müssen wir den anderen safe laden kannst du ganz kurz den safe mal zippen sicherheitshalber wo waren die noch mal die sachen der data dann local was glaube ich gewesen das hat mir nicht zu machen ich schieße mal spiel ab ja ich habe alle safe namens gezippt so ja willst jetzt noch mal versuchen drauf zu und probieren sonst lade ich gleich noch mal das safe game noch mal neu ist man das kann waschen also die tendenz ging ja eigentlich so wenn wir jemanden neuen dazu holen eher so richtung her herstellung von sachen ja da jetzt jemanden ja aber eine frau das wäre vielleicht jemand so für euch bist du reingekommen roger doch nicht aber erlebt gerade wieder also stand gerade für uns schon da dass du beigetreten bist also das laver 22 vielleicht wäre das ja was für euch ein bisschen jung für mich ein bisschen alt für mich vier jahre mein gott was ist denn mit euch wir sprechen ja ich bin 18 ja ich gehe noch mal ins hauptmenü und dann laden wir noch mal neu ja also ich bin im game auch 18 genau wie in real life ich weiß nicht ob du ob du jetzt vom alter halt so mithalten kannst so zum echten klappt das wird nix ja nee glaube ich auch nicht weil die jahre gehen hier schon ein bisschen schneller rum also ja da musst du dich mal anstrengen okay aber es ist vorhin ja nicht schief gelaufen wir haben gespeichert und sind danach alle rausgegangen wie jetzt die letzten male halt auch weißt du noch wo du dich ausgelockt hattest roger das war auch eigentlich nee das war auch einfach mit in unserem dorf da in der mitte genau so server steht ihr könnt drauf weil zum beispiel zum beispiel als ich das problem so hatte da also das erste mal da hatte ich mich irgendwie in der großen stadt da irgendwo ausgelockt aber ja keine ahnung das hat wahrscheinlich auch nix mit dem ort wirklich zu tun hast du das spiel denn nochmal geschlossen gehabt roger ja musste ich ja sonst wäre es komplett hängen geblieben also bei mir seid ihr jetzt beide da steht hier rum ja ich sehe roger hier auch gerade also bei mir ist jetzt wieder auf dem letzten lade prozentchen hm okay ich habe jetzt gerade direkt jetzt was ah danke sehr gut ich habe dich gehauen ich habe ihn wieder ins leben zurück gehauen stark er braucht einfach mal eine Deckpause ähm trotzdem sache ich habe gerade mal direkt nachgeschaut was ein steinsperr kostet dafür brauchen wir auch leingarn also kupfersperre machen dann mehr sinn wenn dann oh ja und das ist ja richtig freudig okay das bringt ja dann gar nichts aber stark dass ich dich einfach wieder ins zurück ins leben zurück geboxt habe ja das war gerade auch noch ganz komische ganz komische sinnprobleme aber scheint sich jetzt super eigen zu reink sehr gut der schlag des lebens ja äh stark sehr gut äh die kann wieder weg was kann noch weg so gut das sorry jetzt habe ich so abgelenkt durch das äh einlocken wo war jetzt der fokus wo wir mal hin wir haben noch gar nicht über den fokus gesprochen weil äh wie gesagt haben wir warten auf dich ähm also wie gesagt es gibt eine schmiedin ne alter 22 also nach eurem ingame alter wäre es glaube ich ganz okay was ich jetzt so beurteilen konnte sie sah ganz hübsch aus ich habe mich allerdings noch nicht mit ihr unterhalten sehr geschützt da halte ich euch doch mal mit ja ihr Lieben ähm genau schrummchen hat es gerade geschrieben ausreiche ausrufezeichen multi und da ist ein Link da könnt ihr nämlich allen dreien auch gleichzeitig zuschauen wenn ich mal wieder zu viel im Inventar rumwurschtel könnt ihr da mal gucken und wir wollten noch unreife Bären sammeln und die Quests machen das war so der Plan ach ja Bären hatte ich hier nochmal gefunden ein paar Büsche über einen Fluss drüber war das glaube ich gewesen bevor wir eben gerade neu gestartet hatten also Fleisch würde ich jetzt erstmal nicht zum vergammeln nehmen es sei denn wir haben halt genug ja dann würde ich den Fokus vielleicht auch eher auf Gütteltaschen legen zum Verkaufen wenn wir eh jagen gehen und dann zum Mut halt auch Fleisch in Dünger umwandeln ja oh hier ist so ja komm hier bist du eine Frau das ist ja schwierig das wäre ich eine Pilzsammlerin das wäre natürlich ein Traum wenn ich einfach so ein Pilzsammler heiraten könnte das wäre schon ein Träumchen wo sind die Bärenbüsche jetzt hin ja tatsächlich bräuchten wir nicht mal unbedingt gerade noch einen Pilzsammler es sei denn wir würden halt irgendwann da hingehen und auch Pilzpfannen dann wirklich viel machen ähm ich guck mal eben wie viel wir haben übrigens ein Problem da oben wird angezeigt na was ist das für ein Problem ja Produktionssachen Gegenstand Rote-Bete-Samen kein Gegenstand Rote-Bete-Samen habt ihr noch eben ein Feld aktiv für Rote-Bete also wir haben ein Bild vollkommen für Rote-Bete weil das an diese Quest ist aber ja ist jetzt nicht so schlimm wenn wir keine Samen dafür haben dann haben wir halt nur weniger angebaut also es soll ja nur so ein nebenbei ein Feld sein für diese eine Quest wo wir irgendwie 70, 80 Rote-Bete abgeben müssen so hier sind mittlerweile 35 Tränke des schnellen Heilens drin ihr könnt euch ja jeder mal 10 Stück nehmen übrigens sollte man überlegen ob wir wirklich die Handwerkerin hier haben wollen die sind glaube ich ein bisschen gegen unsere Ziele die schreibt ich weiß dass es überlebensnotwendig ist aber ich mag es trotzdem oder mich macht es trotzdem traurig wenn wir Wälder abholzen und Wiesen pflügen mir gefällt das Tal so wie es ist unberührt und urwüchsig das ist ganz blöd wir müssen alles platt machen die ist nichts für uns ich würde jetzt nicht sagen dass sie nichts für uns ist also wir konvertieren sie einfach zum Unmähen alle Sachen ja okay wenn sich einer von uns beiden an die Hand macht dann können wir da vielleicht noch was im Geduld umändern das ist ja das liegt ja in euren Ermessen da ein bisschen entgegenzuwirken ja ein bisschen Manipulation könnte die einfach wieder los werden Mensch Schrummichen manchmal weiß ich nicht was mit dir los ist weißt du los werden vor allen Dingen in Anführungsstrichen du wolltest doch nicht dass wir irgendwen ermorden oder so hört sich das nämlich so ein bisschen an nein so was würde Schrummchen nie wollen niemals niemals na komm ich ruf die jetzt mal einfach mit zu uns nimm die mal zu dir Roger wenn sie dir gefällt und wenn du sie konvertieren kannst naja ich ziehe da schon noch irgendwann was anständiges an dann passt das was was du ihr was ordentliches anziehen oder was hast du jetzt gerade gesagt hab ich gesagt du ihr hä okay also wirklich mit diesem langbäuerlichen Kleid das ist dem Stande nicht angemessen dem Stande nicht angemessen alter du läufst die ganze Zeit in Shorts rum selbst im Winter ja und bis zum und bis und bis zum letzten Winter auch mit so einem Kreis Tierleder als Stuhl und um den Fuß geschnürt so achso da ist schon irgendwie eine Verwaltung drin aber so wie es aussieht die kann man anscheinend nicht zu sich ins Haus nehmen ja du musst die erstmal anlabern ja romantik hochleveln warum kannst du dir nicht zu dir ins Haus nehmen naja du kannst die Bewohner nicht einfach so in dein Haus einziehen lassen du musst mit denen erst Romantik machen rumflirten und so ich schau mal ob das geht wo ist denn das Haus vom Roger Roger muss erstmal mit dir flirten ja weißt du das oder gehst du davon aus ich hab also ich hab das gelesen auf jeden Fall in dem Diplomatie Tab hast du nämlich zum Beispiel stehen ein Fertigkeitsbaum der dafür entscheidend ist wie überzeugend du in Unterhaltung romantischen Geplänke und in Verkaufsgesprächen bist und ich gehe auch davon aus dass deswegen dieser Romantik Tab ja nicht umsonst ist dass einfach so wer bei dir einzieht sondern dass das schon irgendwie jemand ist mit dem du romantisch irgendwas zu tun hast wo ist denn die hieß Mo Mira ne Mo Leslava oder so Leslava oder nicht wie hieß die jetzt Slava genau Sulislav Leslava ja die wird mir ja nicht aufgeführt das ist ja witzig also ich kann hier alle auswählen nur nicht die stark also ich könnte bei Roger eine ganze Familie einziehen lassen aber nicht sie praktisch ja wir machen das anders ich ziehe einfach bei mir kurz aus dann kann sie schon mal das Haus einrichten und dann ziehst du ein ja okay also ja ich habe da kein Problem du kannst erst mal bei mir wieder wohnen Roger aber mir gehört das Doppelbett kannst du dich auch zu mir ins Doppelbett mit dazulegen boah safti ich weiß ja nicht ey ich glaube der safti ist auch was ganz anderes aus hier hallo Leslava ich habe wieder mal einen Wiesent umgehauen hey ich weiß gar nicht was du hast sie hat doch eine hübsche Klamotte an hier lass mich dich mal genauer ansehen ah okay das geht nicht unterhalten was dachtest du was jetzt kommt worin bist du besonders begabt es hat mir immer gefallen mich ganz und gar auf lange spannende Unterhaltung einzulassen andere scheinen meine Geschichten zu schätzen und ich nutze das zu meinen Gunsten okay du brauchst also nicht viel reden Roger das kommt dir doch zugute oder das ist völlig in Ordnung du hast mal einen angequatscht der wollte aber nicht mit dir reden weil du gestunken hast ja ich weiß ich gehe mich jetzt auch immer waschen wenn ich auf 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 Männertour gehe ich gehe jetzt mich auch immer waschen es hört sich so an als wenn das was ganz furchtbares wäre wenn es sein muss dann gehe ich mich jetzt auch mal waschen aber der braucht das nicht erwarten wenn der bei mir wohnt überlege ich mal Alter in welcher Zeit leben wir und da gehen die davon aus dass man immer sauber ist obwohl wenn man nur in den Fluss springen muss dafür wie kannst du mich aus dem Haus rausschmeißen wo ich jetzt gerade drin bin kannst du das nicht selber neuer klappt leider nicht ja dann lass mich mal in die Verwaltung aus ja in welchem wohnst du denn da wohnt Safti nach man da Roger entfernen kann ich nicht entfernen ach man warum geht denn das nicht kannst du nicht jemanden zuweisen ne ne so so okay also bei mir kann ich auch niemanden einziehen lassen tja ich weiß es nicht und der Roger steht ja ja ich kann nur eine ganze Familie da einziehen lassen das könnten wir halt auch ausprobieren dass wir einfach eine ganze Familie zu Roger einladen hast du auch kein Problem mit oder ach quatsch ja moin oh jetzt habe ich aber nur ich habe dich ich habe dich ausgeschmissen die Familie hatte keinen Bock auf dich ja gut die hatten gar keinen Bock auf dich und habe dich einfach einfach rausgeschmissen stark ich habe jetzt 300 ich habe jetzt 316 unreife beeren gesammelt und nochmal 130 fleisch aber es gibt jetzt auch kein gebäude wo die einziehen kann was zur hölle sind jetzt doch noch alle belegt ich glaube du bist automatisch ins andere Haus dann eingezogen cool ich baue einfach ein neues Haus ja ich glaube wir müssen ein neues Haus bauen das geht nicht anders so ein scheiß die schmeißen die schmeißen Roger raus und Roger nimmt sich einfach ein nächstes Haus direkt der baut sich einfach ein neues ja kein Bock mehr auf die Leute ein einfacher Mann erstmal ein neues Haus bauen wo ist denn das Kackvieh jetzt gelandet ich verarbeite gerade einfach mal alles Leder was ich gesammelt habe in Gürteltaschen ja mach das ich glaube das können wir auch aktuell als bevorzugte Geldvariante nutzen ja boah Tauben sind voll die scheiß Viecher jetzt wird es dunkel müssen die nicht auch irgendwann schlafen ist das da jetzt eine Taube oder wahrscheinlich oh ne das ist ein Babyguns ok ich hätte fast eine Babyguns getötet ja die lief da so rum da läuft doch eine rum zwei ach man jetzt läuft da lehnt so ein Dorfheim hier rum und hat die weggescheucht Tauben sind voll die Kackviecher ein Smittyling kann ich dich einsammeln ne man muss sagen der Holzfäller hat echt gute Arbeit geleistet also wir haben schon wieder 30-40 Baumstämme drin ja der sammelt ja auch einen ganzen Arsch voll pro Tag also vorhin hat ja irgendwer gefragt gehabt wie viel ist den ganzen Arsch voll ich glaube es war Schrumpchen wie viele Baumstämme sind das am Tag 57 waren das ja also das ist das ist den ganzen Arsch voll Schrumpchen das ist die Einheit den ganzen Arsch voll 57 bei Baumstämme ja genau das ist halt das ist halt das ist halt ne eine Tagesleistung den ganzen Arsch voll ich glaube die Tauben ich glaube die Tauben sind nachts einfach weg okay blöde Quest ganz kurz das was er am Tag produziert das ist jetzt wenn ich auf das Haus gehe also Holzschuppen lokale Produktion oder und dann Produktion beziehungsweise ne Gesamt müsste man ja schauen weil also bei Produktion steht jetzt nachdem jetzt Level 5 ist Produktion ist 71 Baumstämme und Gesamt was quasi dann übrig bleibt nach dem anderen was er produziert sind 39 Baumstämme also ich gucke immer bei dem wo du einstellen kannst wie viel die was machen sollen das steht immer rechts daneben pro Tag Produktion Warenherstellung hier ja also gesamt da reicht es ja sind wir jetzt bei Baumstämme bei 71 durch ein Level also 14 Baumstämme mehr was er produziert also kannst noch mal selbst nachschauen ich hoffe ich hatte jetzt beim richtigen geguckt aber so ich sammle mal eben die Sachen hier ein und dann bringe ich die mal eben weg für die Quest ja und bei den anderen Quests ist halt fraglich ob wir die machen wollen 8 Baumstämme 29 Stöcke da haben wir dezent ein paar ich kriege es nicht mal auf 29 exakt hin ein ganzer Arschvoll nee nee die Einheit für den ganzen Arschvoll also die Menge ist jetzt hat sich jetzt gewandelt jetzt sind es 71 ja das definiert sich auch immer so daher was man so als Referenz und so hat genau ein Arschvoll ist nicht gleich ein Arschvoll hier weiter ups niemand hat die Absicht eine Palisade zu bauen heißt die Quiz ist das schon eine coole Einspielung ja ich ich muss ja naja kannst du sagen das wäre auch gar nicht möglich weil in Pistovia alle Arbeiter gerade im Wohnungsbau tätig sind genau okay da hilft auch keine Vaseline mehr meinst du ich glaube schon wohl dass die ein bisschen helfen könnte so jetzt noch die verkackten Fliegeviechers da hinten fliegt aber eine Taube was haben wir jetzt getan um das abzuschließen ähm ein paar Holzstämme und Stöcker und so ein Quam also nichts wildes also die Vögel bringen noch ganz viel aber das ist auch irgendwie ist das hier eigentlich ein Taubenschlag oder was sieht so ein bisschen danach aus und dann sagen die hier die blöden Ratten der Lüfte wenn die hier Taubenschläge überall sind ja stark ja das ist wie der Bauer der dann eine ganze Kuhherde hat und sich über seine Kühe aufricht die Viecher überall rum laufen und erstmal jemanden engagieren um die alle weg zu bochen so wollen wir slorpen hat Roger jetzt ein Haus eigentlich Roger hat ein Haus der hat immer eins gehabt das war ja das Problem der ließ sich ja nicht mehr rausschmeißen ja warte noch ich brauche eine Focke bin gerade erstmal im Schauen wegen dem Haus da hinten was noch es ist auf jeden Fall kein guter Schad Roger also seine zukünftige hat einfach immer noch kein Dach über den Kopf ich weiß ja wie du die zu uns gekriegt hast aber scheint waren ziemlich viele leere Versprechungen dabei ich würde sagen ich habe den Mund gehalten werden die Pausen mehr interpretiert als gut wir sind keine Focke mehr vielleicht Roger sie aber auch nicht haben meint so schlimm ist dass er die ich jetzt schon vor die Tür gesetzt hat jetzt schon raus geworfen müssen wir dir noch helfen Roger oder Baumstämme fehlen hier glaube ich noch hoffe ich habe jetzt alles dabei ich weiß es nicht genau hat er sie für safti geholt das könnte natürlich auch sein wo ist die überhaupt die Lunger da ich muss ich muss mir das erst mal anschauen wer bist du Les Lava die war das ne ja genau wahrscheinlich die einzige die noch auf der Straße rumläuft irgendwo keine Ahnung weiß ich nicht andere Sachen noch mal winken den Häusern ähm da gibt es ja auch noch beim Dach die Option mit dem Holzdach oder Holzdach mit Schindeln und sowas ähm das wird doch wahrscheinlich auch deren Stimmung übelst nach oben ballern ne wie viel kostet das ist die Frage jetzt Holz schindeln wahrscheinlich jede Menge Bretter ja also der 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 heini macht ja jetzt ordentlich Bretter also von daher würde ich den jetzt erstmal arbeiten lassen dann können wir immer noch gucken dass wir vielleicht vor dem winter nochmal alles aufrüsten was so sinnlich ist vielleicht einfach so nach und nach aufrüsten Holzstämme gerade komplett weg ich habe gerade noch vier fünf waren noch drin die habe ich rausgenommen na dann müsste was fertig haben okay ja der geht schon gut weit weg ne ich finde es auch gut dass du die Tür nach hinten gemacht hast ja okay gut hier wäre auch ein bisschen eng gewesen ja okay gut einfach immer mehr die Häuser immer so nach außen hinten keiner darf zum Stadtzentrum leben jetzt sind ja auch die Slums da hinten ja ja gut dann ist Haus fertig ja ich denke ja wolltest du sie rein verweisen zuweisen wir auch mal verweisen ich verweise dich in dieses Haus zeig deine zukünftigen doch mal ihr neues Zuhause mach mal aber dann musst du dich auch mal ranhalten ne also oh meine Liebe kommen sie mal rein da sind 500 Bären drin ja ich nehme das Fleisch mal raus achso ich hatte das jetzt reingetan weil keine Ahnung es war so viel Fleisch ja ich habe jetzt extra noch Bären gesammelt gehabt und die passten jetzt nicht mal mehr rein achso ja gut oh wir müssen aufpassen ja die hat jetzt zwar noch kein Zuhause aber hat schon mal gleich die Fackel in die Hand genommen nicht dass sie demnächst noch die Missgabel nimmt ich glaube das liegt eher so daran wie du dich verhältst also weiß ich gar nicht äh wollen wir schlafen gehen oder ja ja wir gehen schlafen das wäre ganz cool ja ich sag mal welches Haus habe ich denn jetzt gerade keine Ahnung welches Haus habe ich jetzt gerade du kannst auch einfach bei mir schlafen wenn du möchtest das Doppelbett ist meins nee das bin ich ich schlau naja das macht nichts na gut oh er hat sich auch zu mir wieder ins Doppelbett reingelegt ja irgendwie habe ich das Gefühl ihr habt gar keinen Bock auf heiraten also wenn ihr beide unter euch bleiben wollt ist das auch okay könnt ihr ruhig machen ja ja so einfach ist das nicht so ähm ja wir haben noch eine Quest offen mit diesen blöden Tauben wollt ihr eben mitkommen und dass wir das mal versuchen fertig zu kriegen ja ich habe zwar eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Tauben die gehen mir übelst auf den Nerv aber ja kann man machen das große Problem ist halt abends kannst du halt gar nichts mehr machen mit dem scheiß ich habe halt keine Fernkampfwaffe weil ich meine Armbrüste weggetan habe ah hier ist aber noch ein fast kaputter Bogen drin aber Bogen ist okay für Dingens oder soll ich es mit mit dem Speer versuchen das ist der letzte Bogen den wir dann noch haben also ich mache es mit dem Speer ja dann versuche ich es mal mit dem Speer ja das wäre jetzt echt das wäre krass gewesen jetzt habe ich keinen Speer mehr ne ne scheiße ich habe gerade ungefähr mein Holzspeer mach drei glaube ich gerade über mein übers übers Dorf geschmissen über die Mauer ja ist weg scheiße wir müssen jetzt hier im Dorf Tauben jagen oder ne wir müssen Tauben jagen nicht im Dorf aber hat jemand zufällig ach komm ist egal ich hole mir noch mal oder hat jemand noch ein Speer über ich habe zwei mit 40% also viermal werfen kann ich sei froh dass keiner getroffen wurde hinter die ne was ist da los wieso landen die Viecher alle neben Roger eine habe ich überall links und rechts neben Roger sind die Viecher das sind aber Krähen oder das ist eine Krähe gewesen ja wie dumm Conny kann nicht meine Krähe von einer Taube unterscheiden hier hat Roger abgeworfen achso ja das ist natürlich in Ordnung du bist so ein kleiner Scheißer das gibt es gar nicht ich habe das nur gesagt wegen der Wolfssache wir brauchten noch dieses Zitat das war ja irgendwas ganz kluges von Safdie hier sind ganz schön viele Tauben oh das war ein Stein jetzt brauche ich erstmal wieder eine Axt damit ich mir einen Baum umhauen kann damit ich dann irgendwas mit ich bin schlauer als du ja eben sowas ich hatte sogar eine Steinachse die hat automatisch reingenommen blockiert wie weit muss ich denn jetzt wieder rauslaufen den dicksten Baum den ich finde ich nehme jetzt hier so einen riesen Ahorn daraus kriege ich vier Holzstämme und daraus mache ich dann vier Speere dafür ist dieser 500 Jahre alte Baum dann gestorben sehr gut ich habe auch einfach so eine ganze Eiche gerade im Inventar oder ein riesen Auer ich habe keine Ahnung was das war stark ich bin gerade durch ein Loch in einem Haus in das Haus reingefallen aber ich bin auch so richtig reingefallen wie so ein Wurm irgendwie ein Wurm ja so rumgeschlängelt wie fällt denn ein Wurm ja keine Ahnung sah aus wie so ein Wurm so rumgeschlängelt irgendwie so ein Schlangenwurm da haben wir noch eine Taube nur noch vier ah scheiße ich bin zu nah ran gelaufen hier ist aber ein geiler Spot landet ihr kleinen Scheiß weil er jetzt stellt euch mal vor ihr lauft da lang und da sind einfach drei so Idioten die die ganze Zeit auf irgendwelche Tauben warten da ist die nächste nur noch zwei nur noch zwei ich finde keine ah doch Hitze ja nein ach blöder Dorfbewohner geh weg nur noch eine ja ich habe eine getroffen sehr gut das war eine Krähe nein das war im Krall die wo es auf acht hochgezählt ist nein ich habe gerade die achte gekillt ich habe gerade eine Taube abgeworfen also bei mir liegen auch zwei Tauben ich bin mir ziemlich sicher warte oh es war doch eine Krähe warum ist denn die grau hä sind Krähen nicht schwarz boah safti also heute ist auch ne aber sind Krähen nicht schwarz scheiß oh aua hey safti was machst du da ja ich bin vom Dach da oben runter gefallen ich habe kein Sperr mehr willst du mir einen geben bitte dankeschön ich habe die letzte Taube das war schön so ja ja jetzt kommt kann jetzt hier bitte noch mal eine landen komm du willst es doch ja 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 lande lande zwei Millimeter zu hoch man reiche colli etwas ich finde das immer lustig manchmal würde ich auch gerne sehen wie ihr euch so anstellt guck mal wie klein die Dinger sind und ich werfe damit einen riesen Holzspeer drauf das getroffen hätte ne das wäre dann hättest du nichts mehr sagen können schrummchen warum fliegt die blöde Zaube denn wieder weg eh ah gott sei dank fertig warum jagst du eigentlich Tauben ist eine Quest die relativ viel Geld bringt aber wenn ich jetzt überlege jetzt hat er seine Krähe nicht mal geheutet hier ich überlege wie viel Geld wir einfach mit normaler Jagd hätten machen können allerdings kriegen wir auch keine deine Sirup-Motation dafür ne ja aber von daher ist es dann ja dann doch irgendwie sinnvoll so Chancegegenstände beim Graben in Tonform kommen zu finden oh du erhältst beim Zerstören von Gebäuden 50% des Materials zurück habt ihr das auch schon gelevelt? nö oh das wäre clever habe ich noch keinen Skillpunkt für habe ich mal reingemacht also wenn etwas zerstört werden soll mache ich das wohl es gibt dann übrigens auch bei dem gleichen Skillbaum einen Skillpunkt womit wir insgesamt mehr tragen können also da ist jetzt die erste Stufe 5 Kilogramm ich nehme mal an mit jeder Stufe 5 Kilogramm du bist meine Retterin sie werden zurückkommen sie kommt immer zurück aber wenigstens haben ein paar von ihnen ins Gras gewissen ich danke dir manchmal sind die Dialoge schon sehr witzig so okay was müssen wir noch erledigen für den Frühling eigentlich nichts mehr ne nö glaube nicht ist halt jetzt die Frage ob wir jetzt noch irgendwas erledigen wollen oder ob wir sagen wir wechseln jetzt gleich mal in den in den Sommer mhm warum wollen wir eigentlich in den Sommer wechseln für den Lootmodus? ähm weil wir gleich Leinen haben damit dann bessere Waffen herstellen können okay ja ist doch eigentlich ein Argument, oder? ja doch ist ein Argument also wir könnten zwar so jetzt auch schon einmal losgucken aber ja kämpfen ist halt anstrengender so jetzt obwohl ich eigentlich sagen muss also ich würde sogar lieber mit dem Messer kämpfen als mit dem Speer und die einzige ja gut ein Kupfermesser kannst du ja jetzt schon bauen ja genau deswegen bin ich gerade zum überlegen also wegen Leingarn was brauchen wir sonst noch neben dem Speer sonst was wir aus Leingarn machen können wir kämpfen jetzt Bögen können wir herstellen okay ja gut wahrscheinlich auch dann Armbrüste wahrscheinlich weiß ich gar nicht äh Armbrüste habe ich bis jetzt noch nicht gesehen groß hier ist ein Recurve-Bogen Langbogen normaler Bogen Holzbolzen könnten wir herstellen in der Jagdhütte aber Armbrüste sehe ich hier gerade nicht guck nochmal beim Schmied ne tatsächlich habe ich die auch noch nicht gesehen ah doch hier beim Schmied an der Werkbank Holzarmbrust gibt es auch eine Steinarmbrust? ne wie auch immer eine Steinarmbrust aussehen sollte und was brauchst du dafür? äh können wir noch nicht bauen brauchen wir 500 Produktionstechnologie haben wir noch nicht wir sind jetzt bei 286 mh okay aber wir könnten uns zum Beispiel einen Recurve-Bogen machen also ich weiß nicht wo jetzt so der Unterschied ist zwischen Bogen Langbogen und Recurve-Bogen abgesehen von der Haltbarkeit steht das da nicht dabei also es wird ja wahrscheinlich mehr Schaden machen die können das Ding also es steht hier nur Haltbarkeit dabei Schaden steht nicht dabei achso ja stimmt das ist ja auch bei den ganzen na obwohl die die Sachen machen ja auch mehr Schaden oder? Kupfermesser? ja aber Schaden sehe ich nur im Inventar immer 30 Schaden macht das normale Kupfermesser hat jemand ein Steinmesser? ne ich glaube wir haben noch eins in der Truhe das Steinmesser macht 20 Schaden so ein Holzspeer macht 20 Schaden ein Kupferspeer wir haben nämlich schon einen macht 50 Schaden mhm gut ja jetzt müsste man halt nur wie viel Schaden macht ein Bogen bei dir? 20 Schaden oder insgesamt 20 ja jetzt ist halt die Frage also ja okay gut das Rezept ist halt schon echt teuer also Rezept für einen Recurve Bogen kostet 1500 Münzen boah das ist schon ordentlich viel ja könnten wir aber machen also es kostet halt 6 Leinen Garn äh ein Holzstamm und 3 Leder also ich bin ehrlich gesagt schon froh wenn wir einen normalen Bogen dauerhaft herstellen können weil es ist immer so wenn ich keinen finde dann hab ich keinen ja oh ich bin einfach ich mein wir können ja auch nochmal eben ein bisschen jagen also bis wir pennen können können wir ja nochmal eben alle Hirsche weghauen die da hinten rumlaufen oder sind die mittlerweile schon wieder alle weg ne können ja mal eben zu dritt jagen gehen ja keine Ahnung ich hab irgendwie keine gescheite Waffe zum Hirsche jagen mit dem Speer treff ich die irgendwie immer nicht ähm ja sonst kannst du ja einfach treiben mit welcher Waffe kannst du denn dann bitte jagen also mit gegen Hirsche also Hirsche jage ich gar nicht ich jage nur Sachen die mich angreifen weil die sind einfacher zu jagen außer Wölfe Wölfe sind scheiße ja Wölfe sind scheiße aber zum Beispiel Bernd und Wiesinz die sind easy aber es ist wirklich so Bernd und Wiesinz sind übelst einfach zu killen also übelst übelst einfach äh die sind gerade wieder am verdursten ich glaub die Eimer sind schon wieder leer hab ich die nicht gefühlt eben gerade erst aufgefüllt aber ja die sind schon wieder alle leer hier drin ich filme ja auf ich dachte du wolltest mir jetzt beim Jagen helfen hier ne ich will erst mal die Eimer mit Wasser füllen weil die Stimmung dann bei den Mitbewohnern sonst direkt instant übelst runter geht ich bin schon wieder Hungry und dann würde ich mit Komsom Jagen ja ich bin schon dabei aber alleine ist das immer so doof weil die so viel wegrennen ich hab jetzt auch mal das geskillt hier mit den 50% Materialien beim Zerlegen ich hab gerade nämlich irgendwie durch das Eimer auffüllen die letzten XP für einen Skillpunkt bei Gewinnung bekommen ich brauch noch mehr Holzsperre oder ich geh einfach wieder auf den Bogen hallo du musst was festhalten was dann hier steht es auch nicht so klein ne da pass ich wohl ein paar mal rein einen habe ich einmal schon getroffen ab 1 okay ohne in der Reihen 250 Kilo steht irgendwer rechts nicht gehen also eigentlich eigentlich funktioniert auch das Randschleichen ganz gut finde ich aber gut wir können es auf die einmal Randschleichen lassen gucken wie gut das funktioniert wir kommen zurück ich treffe einfach nicht ich stehe einfach zwei Meter daneben und ich treffe nicht was denn das warum bin ich so scheiße keine Ahnung jetzt ich boxe drauf ich boxe drauf ich boxe drauf ich boxe drauf ich hatte gerade kein Speer mehr na also eigentlich mit einem Bogen geht es wohl finde ich wenn man jetzt nicht die ganze hinterher rennen muss und man nicht die ganze Zeit eine Fackel in der Hand halten muss weil man sonst erfriert haben wir jetzt eigentlich alle wieder aufgesammelt ne was alle alle ähm alle hier schon ja also ich habe gerade zwei drei weggemacht ja und rumlaufen sich ja auch keinen mehr ne ne hier sind auch nicht so viele sind immer sechs sieben ja ist auch ist auch ausgekraut ja also auf der Karte wenn ihr nach dem wilden Tieren schaut seht ihr eigentlich auch immer wenn das Jagdgebiet leert dann wird das Tier immer so grau ne wird das okay ja hier ist jetzt zum Beispiel auf der Insel der Hirsch ist grau gut ja könnten noch weitergehen zum Beispiel Füchse ja ich weiß nicht was bringt ein Fuchs bringt doch auch irgendwas tolles oder ich würde sagen wir verarbeiten das verkaufen das und dann ab im Sommer okay ja ja kann man machen also eben ein paar Täschchen da machen und dann ordentlich zaster ähm brauchen wir Salz wirklich ansonsten würde ich Salzfleisch herstellen ein bisschen und würde das verkaufen weil es bringt ja mehr äh als das gebratene Fleisch und Salz brauchen wir auch gerade eh für nichts und wir kriegen das sowieso mal aus der Mine raus ja was mich halt interessiert ist noch das wollte ich nochmal nachschauen es gibt ja noch mehr Pilzeintöpfe es gab ja unterschiedliche Pilzeintöpfe ne mh ja muss ich mal nachschauen das war unter Kochhütte ne brauchen dann verbrennen Mitoffkohlsuppe Fleisch ne hell ja ich hab keine Ahnung wo haben ich denn die ganzen Schemas dafür gesehen gehabt ähm beim Topf in der Küche beim Kessel gab's doch nicht noch mehr äh Roger darf ich einmal ins Materiallager kurz dran danke da Pilzsuppen so so das war mit Salzfleisch gut das ist jetzt nicht so interessant das ist mit normalem Fleisch aber es gab doch noch mehr als diesen ich hab nur die Beine gesehen ich hab nur die normalen Pilzsuppen Eintöpfe Dinger gesehen es gibt noch Rührei mit Pilzen dafür braucht man halt die Speisemorcheln ok dann ist das vielleicht weil ich hab noch gedacht so eh wofür müssen ja auch die Speisemorcheln sein was mir aufgefallen ist Conny du zockst nur Spiele in denen Pilze vorkommen oder täuscht das ne es ist immer ein ganz netter Zufall aber jetzt denk mal drüber nach so grad im Survival Aufbauspielbereich da haben halt alle Spiele Pilze also das ist ja nicht mal was was man großartig beeinflussen kann was ich cool an diesem Spiel finde ist dass hier die Pilze tatsächlich sehr oder die sind dann halt das sind halt echte Pilze die es auch in echt gibt und die das finde ich ja noch krasser dabei wenn man die sieht also hier rumstehen sieht das sind die sieht man dann halt auch direkt was das für welche sind das finde ich halt auch stark es ist ja wirklich so gewesen dass ich hier teilweise lang gelaufen bin und gedacht hab so oh das müssten jetzt die und die Pilze sein und das waren die einfach ne also das sieht schon alles echt gut aus wenn sich mal so die die Mocheln hier anschaut ja was bitte äh möchtest du die Taschen herstellen wegen Produktionsskills kann ich machen ich wollte es gerade tatsächlich ein paar Mocheln sammeln aber das kann ich auch machen wir könnten auch noch die eine Quest hier Grabräuber machen mit den Säckchen und der Kupferschaufel ja war ich mal überlegen aber wir kriegen halt in Anführungsstrichen nur Weizen dafür aus ne also wir kriegen kein Gold und die Reputation ist halt auch nicht so viel gewesen ja okay hm natürlich auch die Kiste packen okay ich hab gerade mal einfach so 890 Münzen geholt über das Salzfleisch ja das waren jetzt 13 Salz die ich verbraucht hab und wir hatten irgendwie so 70 oder so habt ihr eigentlich alles Leder irgendwo hingekauft ja ich packe das jetzt in die Truhe saft ihr auch ja ins Materiallager hatte ich das glaube ich gelegt oder hab ich es noch im Inventar warte ah ne hab ich noch im Inventar 15 pack's bitte direkt hinten zur Näherei mhm ja näher so auf jeden Fall von dem Salzfleisch hab ich jetzt glaube 600-700 oder so bekommen und ich hatte noch ein paar Gürteltaschen im Inventar gehabt die ich eben hergestellt hatte so Stöcker brauchen wir noch da glaube ich dir recht ich muss aber zugeben ich weiß jetzt auch warum du in Station nicht so auf die Pilze schwörst die sind echt OP finde ich vor allem in Kombi mit Kartoffeln also man hat halt kein Problem mit Licht ne das macht halt schon ne Menge aus CO2 hast du halt auch immer ne also von daher sind halt ich meine sie haben halt nicht so viel Nährwert ne aber dann machst du halt ein paar mehr drauf geschissen hier sind noch mal ordentlich Bären die würde ich einfach noch mal abfärmen hier schnell und dann hinwerfen wenn wir jetzt gleich wirklich zur nächsten Jahreszeit schlafen wollen also ich mache jetzt die Hälfte an Leder weg für für Dingens oder sagt die schon was abgegeben ich äh für was wie jetzt Leder hast du es jetzt hier abgelegt ja habe ich alles weggetan waren nur 15 oder so was ich hatte ich bin einfach hungern und verlosen also das habe ich zumindest so wie es hier ist noch nie in keinem anderen Spiel gehabt dass man wirklich die Pilze erkennen kann die hier einfach rumstehen das finde ich schon sehr stark ich warte ja immer noch drauf dass der Hoster mal hier auftaucht während wir Medi-Evil Dinos die spielen dann kann ich euch das vorführen so dann Sommer gleich heißt Quests holen äh das Dingens ernten ne da würde ich mich dann drum kümmern da ich das Flachs ähm eventuell auch einfach einmal manuell ernte äh dass wir damit direkt craften können dass da nicht so viel Zeit verloren geht bis der Typ das erntet ist hier gerade ein Schwarm Krähen oder so an uns vorbeigeflogen naja Krähen hören sich anders an gibt es noch irgendwas was wir vorbereiten müssen ach so klar sobald wir den Leinsamen haben müssen wir dann die äh ja der Flachs ja genau ja wie gesagt da würde ich mich dann gleich drum kümmern nur blöde wenn man aus Versehen Stecktolkirschen isst warum macht man denn sowas du hast Hunger und Durst ja ich weiß aber ich wollte das jetzt hier zu Ende herstellen und ich habe glaube ich gerade nichts zu essen in der Tasche müsste einmal nach links rüber laufen aber eigentlich will ich gerade mal eben schnell verkaufen und Gesundheit ist ja dann jetzt gleich mit dem Jahreszeitenwechsel dann eh alles gut will nur gucken dass wir dann auch eben schnell verkauft bekommen oh neues Produktionslevel Tschüss du kannst aber eigentlich auch in der nächsten Jahreszeit verkaufen also stimmt ja kann ich auch machen wollen wir direkt schlafen oder seid ihr noch gerade irgendwas am machen warte ist das hier nicht mein Haus oh ne das war gar nicht mein Haus ups alter er geht einfach irgendwelche wildfremden Häuser hier legt sich dazu ach so warte uns zur nächsten Jahreszeit schlafen, ne? Ja. Ja, ne, ich hab mich grad nur so gewundert, hä, warum liegt denn da irgendeine Frau in meinem Bett denn? Ja, aber dann war's jetzt mein Haus. Wir verbrauchen genauso viel O2 wie die Kartoffeln. Genau, das hab ich ja auch gemacht, ne? Achso, noch mal eine Frage an den Chat. Ich glaube, das wurde letztes Mal nicht so ganz beantwortet. Ähm, wenn wir eine Quest nicht schaffen, also von den Nebenquests, hat das für uns irgendeine negative Auswirkung, außer dass wir es nicht geschafft haben. Übrigens, wenn man in die Jahreszeit wechselt, hat man wieder volles Leben, volles Essen und volles Wasser. Saft, wie wir sich schon in fremde Betten legen. Ob der Richter die Ausrede auch akzeptiert? Äh, nein. Also so hab ich's halt auch gemacht, Vietsch, ne? Ich hab halt das gleiche, das gleiche Verhältnis angebaut mit Fahnen. Also die haben ja alle das gleiche Verhältnis an, äh, Sauerstoffabsorption. Dann brauchst du dich halt nicht mehr großartig um, um die Gase kümmern. Ja, dein ist, die Punkte werden abgezogen. Ich meine, die Reputation leutet dann ein wenig. Das hab ich mich auch schon gefragt. Also doch. Okay, wir waren uns nicht sicher, weil es nirgendwo was angezeigt wurde. 1.677. Ja, müssen wir auch nächstes Mal drauf achten. Dann lassen wir nächstes Mal eine einfach auslaufen. Dann würde ich jetzt gar nicht unbedingt alle annehmen. So, Bierflation, Haferkorn, 50 Mal. Machen wir das? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm, nee, glaube ich nicht. Oh, no. Jage neun Tauben. Und jage Wölfe. Vier Stück. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Machen wir das mit den Tauben? Es gibt halt 100 Reputationen, ne? Ja, können wir machen. Das haben wir, Ugo. Ja, stellen wir uns halt einen Tag hin und dann fertig, ne? Also viel länger als einen Tag. Ich hab jetzt eigentlich einen ganz guten Spot da gehabt. Ja, ich bin da immer über die Dächer zwischen so zwei Spots umhergelaufen. Also es ging eigentlich auch ganz gut klar. Boah, also die Werkzeuge gehen schon ordentlich schnell runter. Also die Kupfersiche ist fast kaputt und ich hab das Feld noch nicht ganz abgeerntet hier gerade. Ja, Kupfersiche ist kaputt. Ernt euch nochmal, ne? Was brauche ich? Zwei Barneinholzstamm. Wo sind die denn jetzt wo gelandet? Ich will eigentlich auch gar nicht unbedingt den Speer, den Bogen dafür nutzen. Wird auch nicht angezeigt, aber passt da auf manche Quests ziehen ganz schön was ab. Glaube sogar, dass abgezogen wird, was man bei Erfüllen dazu verdienen würde. Bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, wir werden das jetzt einfach beim nächsten Mal testen. Also gerne auch dran erinnern, wenn wir das nicht machen sollten. Oder nicht in, ne? Ist schon. So, entweder gehe ich jetzt hier weiter auf Ja. Eigentlich macht es immer mehr Sinn, erstmal auf die Erfahrungspunkte zu gehen, von der Hauptkategorie. Ja. Zur Produktion. Da weiß ich immer noch nicht, wo ich drauf hingehen soll. Kochexperte, Nähexperte, Handwerks-Experte. Das ist halt alles nur so schneller machen. Also, pff. Also, ich werde, glaube ich, auf Kochexperte gehen, weil wenn wir unser Fleisch da immer machen, das müsste ja auch unter Kochen fallen. Und wenn wir das dann halt schneller machen, das ist schon ganz nett eigentlich. Ein Rest sind jetzt nicht so Sachen, wo wir das ewig, oft, ewig viel herstellen müssen. Sonst gehe ich einfach auf Nähen. Ich weiß sonst nicht, was ich mit den Punkten machen soll. Sonst irgendwie nur verschenkt. So, ich habe jetzt so von einem Feld 200 Flachs bekommen. Ist das in Ordnung für euch? Dann würde ich einfach, dann würde ich einfach nähen. Ja, okay. Dann können wir das ja irgendwo ein bisschen aufteilen. Und Roger nimmt sich dann vielleicht die Schmiede vor? Jetzt, Gott, ich hatte, glaube ich, schon ein bisschen was. Was hatte ich jetzt? Genau, Werkstatt und Spiele hatte ich jetzt in den Punkt mal rein investiert. Ja. Dann können wir uns das ja ein bisschen aufteilen. So, die Wölfe, würde ich sagen, können wir auch gleich unterwegs machen, ne? Hm, ja. Ähm, also wir hatten ja jetzt, wie viel angebraucht? 35 Leinsamen, ne? Oder waren 35? Ja. 35 Blöcke, genau. Ja, also ich habe jetzt, also ich kriege jetzt am Ende 100 raus. Aber du hast eins vergessen. ein Flachs steht noch auf dem Feld. Echt? Oh. Schäm dich. Schande über mich. Ja, wirklich. Finde ich auch nicht gut, Safti. Ach, verdammt, die waren drei Tauben und ich habe sie alle nicht gesehen. Also diese Animationen an dem Trash-Boden, da sieht schon ein bisschen komisch aus, wie ich mich halt abwackele mit diesem, äh, wie nennt man das? Trash-Flege? Ja, ne? Ja. Das ist schon wieder zu nah hier gewesen, ey. Die Tauben fliegen schon echt schnell weg. So. 200 Flachshalmen. So, wo stand jetzt hier noch was? Der war aber knapp. Oder hast du das schon abgeerntet, Roger? Ne, ja. Steht immer noch. Okay. Ach, hier im Busch drin. Ich frage mich auch, woher diese Büsche jetzt gerade kommen. Die waren noch vorher nicht da, oder? Doch. Die Bernden fahrt man die ganze Zeit im Dorf. Ach so, okay. Ja, aber ich wusste nicht an der Stelle. Ja, ich wusste nur nicht an der Stelle, dass wir da welche hatten. Die hier landen, wenn ich hier stehe? Wahrscheinlich nicht. Dann hole ich noch meine Kupfersichel. Da. Dabei schleiche. Ob die dann landen. Okay. die hier stehe, oder? Es gab nicht 100, sondern 101 Leinsamen. Und wir haben 202 Flachshalme. Okay. Auf die Distanz brauche ich nicht mal nach oben zielen. Bei dem Verdorbenen, ich würde das Verdorbene jetzt alles in Dünger umwandeln, ja? Ja, dafür haben wir es ja da. So ist es nochmal, dass ich jetzt halber ging. Ne, passt, ja. Boah, das ist gerade schlecht, ey. Na komm, landen Sie ruhig. Oh, scheiß Tauben, ey. Boah, wir haben 348 Karotten neu bekommen. Wir müssten irgendwie mal schauen, hatten wir jetzt eigentlich einen in der Küche drin? Ja, ne? Wow. Ja. Dann würde ich bei dem mal einstellen, dass der einen Topf macht. Ähm. So, wenn du gerade dabei bist, guck mal, ob die Kräuterfrau gerade Herbstpilze sammeln kann. Ja, mache ich gleich. So, ähm. Wen sollte ich jetzt, äh, nachschauen? Ähm, Kräutertante, ne? Ja, guck mal, ob die schon Speise, äh, Steinpilze und, äh, Riesenschirmlinge und Dingen sammeln kann. Kräuterhütte. Ähm. Ich glaube, Edelreizger waren es. Ne, steht überall falsche Jahreszeit. Ja, also noch nicht. Das sind doch Taubenschläge hier, ne? Alter, die beschweren sich über Tauben und überall werden die Taubenschläge aufgestellt. Ähm, also es steht auch ja dabei, wird im Herbst im Welt gesammelt. Also, guck mal, ein Pony. Äh, ein Baby, ein Babypferd. Ein Fohlen, genau so heißt es. Ach, Conny. Habt ihr schon mal geguckt, wie teuer so ein Pferd ist? Nee. Wollt ihr es wissen? Ja. Okay, jetzt gib mal eine Schätzung ab. Oh. Ähm. Entschuldigung, ich hab mit dir im Stream gerade reingeguckt. Okay. Ich sage 2.500 Münzen. Naja, das ist, äh, fast die Hälfte. Ah, 5.000 also. Nee, um die 4. Aber immer noch viel zu viel. Okay. Also viel zu viel, dass wir uns das leisten könnten. Ähm, soll ich das Line Gun herstellen? Ja. Okay, gut. Ist da eine? Ja, das ist eine. Oh, Mann, ey. Boah, das ist auch eine richtig schön langsame Animation. Oder Produktion. Guck mal, ein Pferdeferkel. What? Ein Pferdeferkel? Wieso Pferdeferkel? Ja, weil Ferkel vom Schwein das Kind ist. Echt? Safti? Du hast doch gerade nachgefragt, wieso. Ja, aber wie kommt man von Fohlen auf Ferkel? Ja, warum nicht? Der Julian, was ist da los? Pferdeferkel. Alter, da waren fünf Tauben. Ich habe zwei gesehen. Und ich habe natürlich keine getroffen. Achso, also Luft runterschießen klappt bestimmt, oder? Ja, ja, bestimmt, bestimmt. Geht's händaufwendig. Boah, ich habe jetzt erst die Hälfte an Line Gun hergestellt, ey. Ah, du musst es doch festhalten. Doofe. Okay. Gut ist das. Hocha? Hallo, Cody. Mein Bogen ist kaputt. Einfach mal den Roger einen Pfeil in den Po schießen. Hättest du bestimmt gemacht, ne? Schrummchen, ich kenne nicht. Hätt ich ja. Und diese Krähen, die sich als Taubentorren, ganz schön fies. Ja, aber die sehen wirklich ähnlich aus. Also, ich habe eben noch gesagt, so haha, wie dumm. Aber warum sehen Krähen so aus wie Tauben in dem Spiel? Also, ich wüsste nicht, dass Krähen halt grau sind. Warte, ich google jetzt mal. Krähe. Ja, okay, sind doch so ein bisschen gräulich. Aber ich habe die eher als schwarz im Kopf. Ja, so Anthrazit halt, ne? Aber die sind schon ein bisschen weiß-grau, so in dem Spiel hier, ne? Also ein bisschen nah an der Taube dran. So. Egal, ich bin jetzt fertig mit Leinengarn. Und ich habe 40 Stück. Wichtige Frage jetzt, was machen wir mit dem Leinengarn? Ach, mir fällt auch gerade auf. Ja, wir sollten auf jeden Fall... Also, ich würde mich freuen, wenn wir ein paar Kupferspiele halten. Die Frage ist, wie viel Leinengarn hast du denn jetzt hergestellt? War das jetzt wirklich alles eins zu eins? Nein, also, ja, eins zu eins sowieso nicht. Also, du kriegst ja aus fünf Flachshalmen kriegst du ja einen Leinengarn raus. Und ich habe jetzt von diesem gesamten Feld hier, ähm, hatte ich 200 Flachs bekommen. Also, insgesamt 40 Leinengarn habe ich von dem gesamten Feld bekommen. Mhm. Ja, und das ist jetzt halt alles gewesen. Also, ich habe 40 Leinengarn. Das ist echt nicht so viel, ne? Ja, und die nächste Menge kriegen wir halt erst wieder im nächsten Frühjahr. Also, wir kriegen halt Flachs immer nur im Frühjahr. Das war nächstes Frühjahr ja schon irgendwie 200 oder so anbauen. Ja, also, es wäre eventuell eine Überlegung wert, wirklich zu sagen im Frühjahr, dass wir einfach alle Felder auf Flachs machen. Dankeschön für eure Follows hier. Zivil Drudgery. Okay, das ist ein Bot. Diese Enttäuschung. Ja, ich mache mal Enttäuschung. Mensch, diese Namen, bist du dir sicher, dass das nicht echte Leute sind? Nee, es sind gerade wieder so schöne, so schöne Follower-Attacken-Bots hier. Ganz toll, liebe ich so. Ja, vor allem, also, die Namen, das ist doch 100% legit. Super. Wie viele sind es jetzt wieder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Na, reicht es jetzt? Da ist ein Nails dabei. Das ist bestimmt vom Didi. Didi hat die Bot-Attacke gestartet. Gib's zu, Didi. Ach ja, ich lieb sowas, ne? Uh, da, da, da. Am besten Accounts am 30.12.23 erstellt. Ja, natürlich. Ist doch immer so. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Tauben wir sind. Ich habe die Quest gar nicht aktiv. Was habe ich hier eigentlich für eine Quest, die ich hier schon abliefern kann? Aber ich frage mich auch so, was bringt es denen mit diesen Bot-Dingern, mit den Followern? Also, warum? Abo hat darum gebeten, ein Glücksmesser schärfen zu lassen. Angeblich ist bla bla derjenige, die das übernehmen könnte. Das ist eine aktive Quest. Das hat irgendeiner von euch gemacht. Das war von dem anderen, ne? Von dem anderen Dorf, oder? Ja, du meinst, das ist nicht das schärfste Messer. Da müssten wir zu dem einen Dorf noch hin, hier, Skauki und mit dem Schmied reden. Ja, die Frage ist, wann machen wir das? Das wollen wir beim Erkunden nochmal in Richtung von dem Dorf gehen, dass wir es einfach mitten machen können. Ich würde da halt auch, wie gesagt, die Lager aufbauen, dass wir immer so Anlaufstellen haben zum Looten. Ja, also was soll ich jetzt eigentlich aus dem Leinengarn machen, mit den 40 Stück, die ich habe? Also ich bin immer noch der Meinung, wir sollten gucken, dass wir damit die Umhänge machen. Die hatten ja am meisten Kältewirkung noch, oder Kälteschutz. Also stelle ich jetzt einfach einmal für uns drei den Pelzumhang her und dann würde ich eigentlich sagen, den Rest lassen wir für Bögen übrig, oder? Na, Roger wollte ja unbedingt noch Kupfersperre haben. Okay, ja gut. Also wie viel Leinengarn hätten wir denn noch übrig, wenn wir das machen? Ja, warte, ich baue jetzt erstmal ganz kurz die Pelz-Dinger. Achso, muss ich noch kaufen? Äh, fehlen noch 300 Münzen, die ich mitnehmen muss. Und dann schaue ich gleich einmal ganz kurz, wie viel übrig bleibt. Können wir noch nicht da sein. Zeigt bei mir halt auch nicht an, wie viele Augen wir noch brauchen. Also es sind zwei Leinengarn pro Pelzumhang, heißt sechs sind weg, also 34 bleiben übrig. 34 noch. Okay, und wie viel brauchen wir für einen Kupfersperre? Äh, muss ich gleich nochmal nachschauen, ich glaube es war ein Leinengarn. Äh, für einen Bogen brauchen wir auf jeden Fall eins, oh ne zwei, ich weiß nicht, ich gucke gleich einfach. Okay, das war die dümmste Taube der Welt, die ist direkt neben mir gelandet. So, ich habe drei Pelzumhänge. Also, ähm, Kupferwaffen, Kupfersperre kostet ein Leinengarn. Hier guck mal, dann ist das doch erstmal gut. Und ein Bogen kostet zwei. Keine Ahnung, dann würde ich sagen, machen wir einfach so, für jeden zwei Kupfersperre oder ja, ich will kein Speer, ich ich will kein Speer, ich nehme mir ein Messer mit. Ich finde Nahkampf besser als Fernkampf. Ähm. Ich brauche eigentlich keinen Bogen, weil es mit dem Bogen mir tatsächlich zu umständlich ist. Also ich finde den Bogen eigentlich ganz cool. Ja, ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt, also ich kann nicht sagen, wie ich einen Bogen finde. Also jetzt zum Jagen ist es nicht mal unbedingt viel besser, aber gerade gegen, gegen so Banditen oder so, die halten ja schon wohl mal ein bisschen mehr aus. Es ist halt ganz geil, dass du dann halt mit einem Bogen halt sehr viel Munition hast. Mhm. So, ähm, Roger, ja, wie viele, also was meintet ihr jetzt, wie viele Speere soll ich herstellen? Vier Stück? Oder erst mal, oder reicht das? Ja, ne? Also ich hätte gerne einen Bogen, der komplett heile ist. Ja, also erst mal geht es jetzt gerade wegen Speeren, wie viel ich herstellen soll. Also ich mache jetzt erst mal vier Stück. Aber für euch beide jeweils zwei. Ja. Weil, wie gesagt, ich will keinen. Hm. Dann würde ich jetzt gleich auch die Dingens nähen, die Umhänge, dass wir die schon mal safe haben. Achso, ne, die Umhänge habe ich eben gerade gebaut, gehabt. Okay. Weil das mit den, ja. Wieso, was, wie, wo? Ja, ich hatte ja noch vorhin gesagt, dann lass mich da die ganzen Nähsachen machen, weil die hatte ich ja extra jetzt gelevelt. Achso, ja, gut, ja. Gut, dann müssen wir halt gucken, dass wir da auf Dauer vielleicht dann mal schauen, dass wir das irgendwie sinnvoll durchziehen. Zumindest bis wir das dann irgendwie voll haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Holzspeer tue ich euch hier vorne in die Kiste, ne? Äh, nicht Holzspeer, äh, Kupferspeer. So, da liegen vier Stück drin. Ich nehme hier nochmal zwei Messer raus. So. Äh, achso, und die Pelzumhänge könnte ich euch auch reintun. Ja. Achso, äh, Roger kann gerne drei nehmen. Drei Kupferspeere. Ich habe nämlich noch einen irgendwo gefunden gehabt. Äh, achso, ich, ähm, soll ich auch nochmal wegen Bogen schauen? Okay. Äh, da ich den herstelle, Conny, also du wolltest einen Bogen haben nochmal, ne? Ja. Den, den ich habe, der ist ziemlich im Sack. Ja, die Frage ist halt, wie sinnvoll trennen wir das jetzt mit dem Herstellen? Ne, das ist, äh, ich glaube, die Sachen herzustellen, die, die Waffen und so, das lag jetzt eigentlich eher bei Roger. Ich glaube, du warst ja jetzt Kochen und bei mir war es das Nähen. Und dann sollten wir das vielleicht auch so durchziehen. Ja, warte mal, also ich habe alles in, äh, warte, Produktion. Ich habe handwerkliches Können voll geskillt, dass ich da mehr XP bekomme. Ich meine jetzt nur dieses Experte würde ich ein- oder zweimal skiln bei Kochen, dass ich das Fleisch, wenn wir das immer verkaufen wollen, ein bisschen schneller produzieren kann. Ähm, weil die Sache ist halt, Kochen mit XP, wir kochen halt nicht so viel, dass es Sinn macht, das mit XP und so. Naja, ist die Frage, ob das mit dem Salz, ob das auch Kochen ist. Keine Ahnung. Ja, also selbst wenn, ist das ja auch kaum was, was man da macht, also. Ah, mir ist Latte. Ja. Also es ist halt Quark, dass ich jetzt auf den Nähen gegangen bin, ne, und dann... Ja, das war jetzt nur, keine Ahnung, ich war gerade so dabei und ihr wart noch am Taubenjagend, dann, keine Ahnung, hatte ich nicht dran gedacht. Ja. Äh, und wie hat dir mal ein Follower-Rate gefallen? Alter, ist nicht dein Ernst, oder? Team Zero? Ich hoffe, das war nicht, das ist nicht ernst gemeint. Warte mal, er hat noch davor geschrieben, heißt, es gibt gleich ein Follower-Rate. Was ist denn ein Follower-Rate? Erzähl mal, mit, mit Accounts vom, wann? Okay, die sind alle am gleichen Tag erstellt worden. 21.8. Ich habe meine Community angeschrieben, ob sie so schnell folgen möchten, wie möglich. Alle mit dem 21.8. 2015 erstellt. Ist ja eine sehr, ähm, interessante Community. Äh... Sie haben Accounts erstellt? Ja, alle in 2015? Das passt ja irgendwie so gar nicht. Also ja, äh, dankeschön. Dankeschön, Team Zero. Aber das ist halt so, ja... Das sind halt irgendwie irgendwelche Accounts, die man sich irgendwann mal erstellt hat. Oder irgendwelche Bots, keine Ahnung. Dankeschön, aber, ähm, da lege ich nicht so viel Wert drauf, weil... Ja, das sind halt irgendwelche Bots oder, oder Accounts, die dann sowieso nicht da sind. Also, das bringt halt nix. Wenn du da... Du kannst auch 5000 Follower nachher haben. Das bringt halt im Großen und Ganzen gar nichts. Ja, das ist halt... Das Wichtige ist halt da, gerade auf Twitch, dass die Leute dann auch zuschauen, ne? Dass du Leute hast, mit denen du dich unterhalten kannst und so. Ne, das ist halt... Ja. Also, das bringt gar nichts. Und im Endeffekt, ähm... Hat man auch immer das Problem, wenn man Opfer von solchen, äh, Raids oder Attacken oder wie auch immer ist, dass das auch mal gut und gerne zurückschlagen kann, ne? Weil, ähm, wer beweist denn Twitch nachher, dass das nicht der Streamer selbst war? Ne, also, das kann auch mal blöd daneben gehen. Und da habe ich nämlich, ehrlich gesagt, gar keinen Bock drauf. Also, deswegen, äh, bitte einfach lassen so was. Auch wenn es nett gemeint ist, ähm... Ich habe da halt einfach gar keinen Bock da drauf, da irgendwie nachher Stress zu haben, wegen so einem Scheiß. So, äh, wo waren wir? Wir waren bei... Wir wollten looten gehen morgen. Ja, ich habe dir auch einen Bogen gebaut. Der liegt jetzt in der Kiste da drin. Mhm. Dankeschön. Ich muss noch Stuff loswerden, sehe ich gerade. Looten! Ja, beruhigen Sie sich. Also, was hätte ich noch gerne? Einen... Bogen. Ein 100% Bogen, das ist sehr schön. Meiner ist nämlich Fratze. So. Ist Roger denn noch da? Jawohl. Ja, Roger ist da. Ich glaube, Roger hatte gerade keine Lust zu reden. Wieso? Was hätte ich denn sagen sollen? Weiß ich nicht. Achso. Okay. Das war... Ja, bin anwesend. Hallo, Bobay. Ich grüße dich. Musst du mal schnell einen Schluck trinken. In-game. Hier. Äh, ja. Ja, danke schön, Team FBI, für dein... ...Follow. Aber ich bezweifle mal, dass da jetzt gerade jemand anders hintersteckt als Team Zero. Ähm. Ist nämlich auch ein Account von dem gleichen Datum. Das ist... Ja, weird. Ähm. Ich muss noch mal im Team mein Inventar aufräumen. Ja, wird aber auch alles ausspioniert. Ja, ich hatte halt massive... Ich hatte halt zwischendurch schon mal sehr massive Probleme mit sowas. Und da hat man dann... Ähm. Da hat man dann tatsächlich so die ein oder anderen Sachen sich dann angeguckt, um zu verifizieren, wer ist jetzt wirklich Bot und wer nicht. Das war nicht eine Zeit lang gar nicht so einfach. Äh. Und es gibt auch zum Glück, ähm, ganz gute Tools, um massenhaft, äh, Fake-Follows und sowas dann wieder rauszuschmeißen. Es ist nur alles wieder Arbeit. Ohne Ende. Okay, Team Zero, ich hoffe, dass du jetzt langsam damit aufhören kannst, weil ich finde es gerade nicht mehr so witzig. Also, wenn da jetzt gleich noch irgendeiner reinkommt mit dem gleichen Datum und allem, ne, dann tut's mir leid, dann muss ich dich da einfach mal wegbannen. Das war nicht von mir ein Account. Die heißen alle irgendwas mit Team, die haben alle das gleiche Datum. Also, lass es bitte sein. So, äh, Nahrung, da war noch Nahrung, Morgeln, die können weg. Ähm. Mehr oder weniger, Bube. Ähm. So, Holzspiere. Oh, ich hab noch Gürteltaschen, die ich verkaufen musste. Scheiße. Ihr ganz Inventar noch voll mit Gürteltaschen. Ich hab keine Fackeln mehr und ich seh gar nichts. Hey, wo bin ich da? Wenn wir gleich, wenn wir gleich bei dem anderen Dorf vorbeigehen, kannst du ja eigentlich auch da verkaufen. Also, sollte eigentlich auch gehen. Ja, aber ich würde gerne mein Inventar hier schon mal quitt werden, damit wir gleich Sachen packen können, die wir mitnehmen direkt fürs, äh, fürs neue Lager. Ja, du könntest ja auch so machen, dass du die Gürteltaschen ins Materiallager tust. Wir nehmen die Ressourcen mit. Wir wollen ja sowieso beim Dorf ein Materiallager bauen. Und dass du dir dann halt da wieder rausnimmst. Ich würde gerne schlafen. Ja. Gut. Illigo. So. Ja, dann packe ich die Gürteltaschen da jetzt rein. Äh, Wölfe unter uns müssen wir gleich noch machen. So, habt ihr Heiltränke dabei? Noch nicht. Ich muss noch Pfeile herstellen für mich. So, dann packe ich jetzt die Gürteltaschen weg. Aber ich habe welche ins Lager gepackt von Pfeilen, die ich unterwegs noch gefunden habe. Ins welche Lager? Äh, ins Materiallager. Kann sein, dass ich... Übrigens, hier sind ja auch noch Armbrüste drin, ne? Und Bolzen. Ja, das ist nur die ja fast kaputte. Achso, ja, und genau. Die fast kaputte Armbrust und die Bolzen, ja. Ja, ist halt die Frage, ob wir sowas nicht... Ja, die eine von mir ist auch noch drin, also... Ich würde gerne erstmal Bogen ausprobieren. Also, die Armbrüste kannst du ja auch nehmen. Kupferspeere, die hast du rausgenommen. Ja, sie sind bei euch in der Kiste. Achso, du hast ja gesagt, ich sollte mit Reihen nehmen und einer ist noch drin. Passt, okay, so... Äh, Messer habe ich. Was ich noch bräuchte, wäre ein paar Pfeile. Und die Pfeile hattest du jetzt... Also, Sachen, die wir wirklich noch nutzen können, so wie Bolzen und sowas, können wir eigentlich besser hinten bei dieser Waffenkiste packen, ne? Also, vor der Werkstatt die Kiste. Ja, würde ich sagen. Mittlerweile scrollt man da drin ja auch schon ewig rum, ne? Ich glaube, das wird auf Dauer nicht besser. Ähm... Und wie gefällt die neue Map? Ganz gut. Ich kenne halt auch nicht die alte Bubbe. Also, ich kann dir ein paar Sachen sagen zum Multiplayer. Also, ist sehr cool. Ähm... Macht viel Spaß. Wir haben ja das Spiel vorher nie gespielt. Es sind ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, da könnten sie nochmal nachbessern. So ein paar Quality-of-Life-Sachen gerade im Multiplayer. Aber bis jetzt ist das Spiel absolut cool. Also, macht unfassbar viel Spaß. So, was bräuchte ich da für Steinpfeile? Da war halt... Hä? Brennholz. Hier musst du die Steinpfeile an der Bergbank machen. Ja, beim Jäger-Dingens da in der Bergbank. So, also ich habe jetzt einmal für das Bauen von dem Lager dann ein paar Holzstämme, ein bisschen Stein und ein bisschen Stroh schon mal mitgenommen. Es gibt keine... Es gibt keine Kupferpolz... äh, Kupferfeile? Ähm, doch, die sind hier am Amboss in der Schmiede für... Das wäre interessant zu wissen, wie viel... Kannst du dir selbst mal angucken. Wie viel man so dafür bräuchte. Eisen, Kupfer. Kupfer, Pfeile. Stöcker, Kupferbarren und Federn. Und das ergibt dann 10. Wow. Ja, da ist halt die Frage, wie viel mehr Schaden machen die, ne? Ja. Also ein Eisenpfeil macht 60 Schaden. Steinpfeile machen 30. Also werden die Kupfer ja irgendwo dazwischen sein. Ah, gut, sonst mach ich... Ja, ich mach das mal weiter Steinpfeile. Was brauch ich dafür? Äh... Stöcker, Steine, Federn. Wer hätte es gedacht. Also das gibt es bei... Morgen bei dir so live zu sehen? Gar nichts, weil ich morgen nicht live bin. Ist halt Silvester, ne? Also... Mal abgesehen davon, dass ich finde immer an so Tagen, wo viele andere unterwegs sind, dann macht es als kleiner Streamer halt kaum Sinn, dann irgendwas zu machen. Mal abgesehen davon. 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 Also wenn du meinst, viermal das Rezept sind 40 Pfeile Ja, okay, gut Hat sich das erledigt Wie lange braucht man noch irgendwie? Weil ich wäre jetzt so weit Okay, 40 Pfeile sind auch mal nicht so viel Gewicht 40 Pfeile sind 1,2 Kilo Ja, ist jetzt die Frage, also wir sollten ja vielleicht ein bisschen was einpacken für das für das Lager, ne? Ja, wie gesagt, ein paar Steine habe ich ein paar Holzstämme und Stroh sollte ich also Stroh habe ich auf jeden Fall genug Ansonsten habe ich ein paar Holzstämme und ein paar Steine dabei Ich würde das gar nicht so viel mitnehmen Das kann man ja auch vor Ort dann einfach sich looten, was man braucht Ja, aber genau darum ging es ja, dass wir da jetzt nicht noch groß alles abruhen müssen und so Und dass wir wirklich einfach hingehen und das hinzimmern und fertig Ähm, wir sind ja unter Umständen länger unterwegs Habt ihr irgendwas an Essen mit? Ja, ich werde mir jetzt gleich noch ein bisschen gebratenes Fleisch nehmen Das ist halt die Frage, ob wir nicht ein ganzes Steck gebratenes Fleisch einfach in das Materiallager schmeißen Also ich habe jetzt 22 Trockenfleisch dabei, also kann ich gerne noch ein bisschen was aufteilen Ich habe noch gar nichts mehr Hab ich dir hier beim Jägervorraten die Truhe immer noch einfach rein Ja, also gebratenes Fleisch werden wir jetzt gerade nicht so viel in dem Nahrungsmittellager drin haben Weil der Koch Ja, weil der Koch gerade hauptsächlich Eintopf herstellt Naja, da ist Dass die Karotten wegkommen 50, 55 Ja, okay, gut Ist jetzt nicht so wenig Ja Bin erstmal weg live Ja, viel Spaß Team Zero Bis dann, ciao Äh, hab ich mich vergiftet? Hab ich irgendwas gegessen, was nicht mehr so geil war? Ähm, das gebratene Fleisch Wie viel Halbberg hält hat er das noch? Eigentlich genug Das hält ziemlich lange Okay, ich habe aber irgendwas an massiv viel Gewicht hier gerade Okay, ich glaube, ich lasse die Steine mal zu Hause 42 Kilo Ein bisschen sehr viel Ja, also ich habe mir 15 mitgenommen Dann krieche ich durch die Gegend Ich habe mir 15 mitgenommen Das sind, ja, halt 15 Kilo Also so ein bisschen bin ich auch überlan Aua Ja, ich lasse die Steine weg Dann können wir los Von mir aus Oder Noch besser Ähm Noch viel besser wäre Wenn wir uns jetzt erstmal in die Pause verabschieden An die lieben YouTube-Zuschauer Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt Wenn es euch gefallen hat Gerne Like da lassen Abo da lassen Kommentieren nicht vergessen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Macht's gut und tschüssi Tschüss 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 Tschüss